Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Fakten-Video auf meinem Kanal. Heute mit 10 neuen Fakten über den Schönling Cedric Diggory, diesen Typen aus Teil 4. In der Hoffnung, dass ihr einige Fakten davon noch nicht kennen werdet, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1 Dass Robert Pattinson die Rolle des Cedric innehatte, wissen wir. Doch wusstet ihr auch, dass er diese Rolle nur aus Mitleid bekam? Ja, richtig gehört. In dem Film Vanity Fair aus dem Jahre 2004 bekam Robert Pattinson nämlich seine erste Schauspielrolle zugeteilt. Blöd nur, dass er aus dem fertigen Film komplett herausgeschnitten wurde und noch blöder, dass ihm das niemand vorher sagte, bis er es schließlich selbst bei der Premiere sah. Die damalige Casting-Direktorin hatte solche Schuldgefühle, dass sie ihm eine Rolle in Harry Potter und der Feuerkelch anbot, wo sie ebenfalls Casting-Direktorin war. Fakt Nummer 2 J.K. Rowling bezeichnet Cedrics Tod als, ich zitiere, sinnlos. Voldemort sollte mit der Ermordung Cedrics aufzeigen, wie gewissen und skrupellos er das Leben von Schülern wegwarf, als wäre es ihm völlig bedeutungslos. Rowling wollte mit diesem ersten großen, für den Leser erlebbaren Mord ihrer Geschichte ein Gefühl der Angst wecken und Voldemorts eiskaltes Kalkül. Fakt Nummer 3 Obwohl Cedric Diggory, wie gerade erwähnt, im vierten Teil stirbt, kommt er in der Nintendo DS-Version von Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7 vor. Ein Fehler, der so in keinem anderen Game davor oder danach vorkam. Fakt Nummer 4 Cedrics unglaubliche Willensstärke und Aufrichtigkeit wurde auch durch den Fakt unterstrichen, dass er sich der Magie von Fleur Delacour widersetzen konnte, die ihn nämlich bezüglich eines Dates zum Weihnachtsball fragte und dabei ihre Wieler-Magie zum Einsatz brachte, die normalerweise jedem Mann weiche Knie bereiten. Cedrics Antwort war jedoch ein klares Nein, weshalb Fleur mit Roger Davis ging. Fakt Nummer 5 Für die zweite Aufgabe des Trimagischen Turniers lernte Robert Pattinson extra das Tauchen, um sich Gekonter unter Wasser bewegen zu können. Hierfür übte er vorher in einem kleinen Wassertank. Als er dann jedoch den ca. 100 Mal größeren Wassertank für die eigentliche Szene sah, wurde ihm doch sehr mulmig zumute. Fakt Nummer 6 Zwar war Cedric nur Teil des vierten Harry-Potter-Films, jedoch kam er indirekt auch in Teil 3 Der Gefangene von Azkaban vor. Genauer im Quidditch-Spiel zwischen Hufflepuff und Gryffindor, wo Cedric Sucher der Hufflepuffs war. Zwar hatte Robert Pattinson die Rolle dort noch nicht und man konnte auch kein Gesicht erkennen, jedoch sah man für einen kurzen Augenblick die Rückenschrift Diggory auf seinem Quidditch-Umhang. Weiter geht es mit Fakt Nummer 7 Robert Pattinson gab in einem Interview zu, dass seine Rolle Cedric Diggory ein viel besserer Mensch sei, als er im wirklichen Leben. Fakt Nummer 8 Allgemein wird angenommen, dass J.K. Rowling auf den Namen Diggory kam, indem sie die Narnia-Buchreihe las, in welcher ein Diggory-Kirk vorkommt. Tatsächlich ist der Autor der Narnia-Bücher einer von Rowlings Lieblingsautoren. Fakt Nummer 9 Auch Henry Seville, Star aus dem Film Man of Steel, hatte den Wunsch, die Rolle des Cedric Diggory im vierten Teil zu bekommen, scheiterte aber beim Versuch. Hinzu kommt, dass er auch die Rolle des Edward Cullen in Twilight wollte, die ebenfalls an Robert Pattinson ging. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die beiden können sich nicht leiden. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10 Cedric Diggory war innerhalb der gesamten Harry-Potter-Geschichte der einzige Hufflepuff-Schüler mit einer verhältnismäßig großen und wichtigen Rolle. Ja, das waren meine 10 neuen Fakten über Cedric Diggory. Solltet ihr vielleicht den ein oder anderen Fakt noch nicht gekannt haben oder euch das Video generell gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf meinem Logo freuen. Ansonsten checkt auch gerne die anderen Fakten-Videos hier unten in der Ecke ab und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!